hallo ihr lieben jetzt war meine stimme weg hallo ihr lieben willkommen zum weiteren pickepeil von mir heute geht es wieder um eine kurze botschaft vom universum ich hoffe sie ist kurz manchmal ist ja länger du hast die wahl zwischen drei verschiedenen peils bei nummer eins mit dem kalzidon bei nummer zwei mit dem schnee flocken obsidian und bei nummer drei mit dem labradurit der schon wird so schön wo genau okay ich gebe euch will die auswahl meditation das ein bisschen reinführen können zu welchen paar hingezogen führt packe die time stamps in die infobox dass ihr das gleich direkt anklicken könnt und ja und wir hören uns dann gleich im entsprechenden teil wieder so 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 hallo bei nummer eins mit dem schönen kolzidon und wir gucken mal was denn das universum für eine botschaft für euch hat also der tiger fällt in letzter zeit ja ziemlich häufig also ihr braucht anscheinend diese tiger energie ich meine es unheimlich tolles tier und auch unheimlich tolles krafttier hier geht es definitiv um die unabhängigkeit haben auch die wassermann energie wassermann steht auch dafür sich zu befreien aus konstrukten aus einengung weil wir haben ja so diesen weg des steinigen alleinigen weges wo man sich ja manchmal total abgegrenzt und isoliert und nicht verstanden fühlt und wenn man dann irgendwann erkennt dass bestimmte dinge eben nicht immer verstanden werden von menschen und dass man einfach manchmal akzeptieren muss dass man anders ist oder dass der weg anders ist oder dass du anders tickst als vielleicht das andere bilden kriegst du irgendwann dieses freiheitsgefühl von ja so bin ich und ich weiß nicht da ist so eine selbstliebe mit dem anmarsch und auch ein treffen von gleichgesinnten also dass menschen sich verstanden fühlen von den richtigen menschen aber du musst erst wie diesen tiger in dir erkennen also diese stärke in die erkennen damit du dann auch menschen triffst die genau dasselbe wollen wie du bald also es ist nicht packen wir es mal zum tiger bald ist diese veränderung momentan ist es wahrscheinlich noch so ein bisschen und selbst wenn man schon menschen getroffen hat ist es manchmal trotzdem dass man noch nicht so richtig weiß ist das mein weg soll ich das machen da fehlt noch ein bisschen liebe und vertrauen aber sowas entwickelt sich vor allem wenn man sich selbst vertraut es geht nicht immer nur um die vertrauenssachen anderen menschen gegenüber vor allem sich selbst ja ich habe auch das gefühl da ist ein abschied von seiner alten energie abschied von dem alten ich das was jahrelang gedient hat und jahrelang für dich da war und jahrelang die genutzt hat ist jetzt nicht mehr von nöten weil das nicht mehr gebraucht wird du selbst sein wie sich das immer alles fügt ich liebe das ja du sollst wirklich du selbst sein nicht mehr hinter dem berg halten und ein tiger der ist eigentlich gechillt das ganz ruhig das so im hintergrund der läuft da der der ist nicht wirklich sichtbar nicht wirklich auffällig der ist ganz still und der jagt seine beute im ruhigen und der beobachtet auch ja und der greift nur an wenn es wirklich von nöten ist ansonsten ist da eigentlich ein ruhiger das ist so ein ruhiger geselle aber der kann wenn er will seine krallen auch wetzen und zeigen ja ich habe das gefühl dieses alte wird aufgelöst da passieren gute dinge in zukunft in dir außerhalb von dir die wieder auch helfen das alte ich zu lösen ja du wirst erkennen dass das neue ich definitiv auch seine prüfung hat und das nicht alles total immer geschmiert und glatt läuft aber so ist das leben das läuft nicht glatt und geschmiert und wenn dann bist du dein eigener retter aber das fühlt sich glaube ich auch an als ob du dich wie aus als ob du nicht mehr andere rettest sondern dich als ob du dich aus deiner höhle rausholst als ob du dich aus deinem sumpf rausholst als ob du sagst das alte hat abgedient brauchst du nicht mehr ja ja das fremdbestimmte wird verschwinden dass du so gehandelt hast weil du immer andere hattest die dir gesagt haben wo es lang geht das wird nicht mehr aktuell sein ich packe mal mit auf der seite du wirst dich verwirklichen ganz neues lebensgefühl spüre ich hier ich packe ich mal mit hier hin da solltest du vielleicht noch mal ein auge drauf werfen inwiefern warst du fremdbestimmt bist du fremdbestimmt durch die familie wo ist der vater was spielt der für eine rolle in deinem leben war da war nicht da wie war er da war er liebevoll da war er nicht liebevoll da hat er dominiert ja auch gerade bei den frauen wie es der partner ähnelt diese der dem vater ähnliche charakterzüge oder eben gar nicht genau das gegenteil das noch mal beleuchten auch väter die liebevoll waren die jetzt vielleicht nicht mehr da sind und dadurch eine lücke hinterlassen haben und dadurch auch so eine art selbstschutz über die jahre entstanden ist weil man einen abschied vielleicht vom vater hatte je nachdem das ist eine allgemeine legung kann ich jetzt nicht festlegen in welche richtung das geht jeder der es fühlt wird wissen in welche richtung es für ihn geht hier geht es auch um deine berufe das heißt du bist doch jemand der wird sich beruflich auch verwirklichen also beruflich aber halt der wird wissen wo er hingehört und du wirst wahrscheinlich denken dass das unscheinbar ist was du davor hast ist es aber nicht das ist etwas was du gelernt hast was die menschen gesagt haben du wirst dich befreien und vielleicht ist es auch ein bisschen dass die menschen die dir begegnen auch ein bisschen deine retter sein können ja nicht im sinne von oh sie sind jetzt deine retter und du wirst nie wieder in diesem leben irgendwie dich selbst retten können nein sondern manchmal braucht man jemanden der einfach was gutes sagt oder was gutes tut wo man einfach das gefühl hat man ist nicht alleine und das kann manchmal ein absoluter retter in einer situation sein ja ich glaube dein leben war sehr lange so danach gestaltet wie jemand es für dich richtig gesehen hat wie er es für dich wollte und gar nicht wie du es wolltest und ich habe das gefühl das hört jetzt auf ja gerade weil du immer darüber nachdenken musst ist das wie ich das leben leben will ist das wirklich das wie ich leben will das glück ist auf deiner seite das glück ist auf deiner seite machen wir noch eine letzte tendenz meinen tendenzkarten hier gucken wir noch mal noch irgendein impuls reinkommt und dann war es das nämlich auch schon teil nummer eins fische zwölftes haus gedankengut du sollst dich definitiv von allem abgrenzen was dich nervt was dich beeinträchtigt was dich irgendwie traurig macht du darfst dich zurückziehen du sollst dich auch zurückziehen wenn es notwendig ist du sollst dich auch ruhig dem spirituellen zuwenden du sollst versuchen an dinge spiritueller ranzugehen nicht zu kapflastig nicht zu egolastig nicht zu logisch sondern immer einen höheren sinn in dingen sehen und immer irgendwo das gute auch finden selbst wenn es noch so schmerzhaft ist man muss es nicht sofort in der sekunde machen aber im nachhinein kann man definitiv immer irgendwas finden so dass du dich wieder beruhigen kannst und das wenn dich irgendwas total aufwiegelt dass du immer wieder siehst nein alles hat immer irgendwo einen sinn für mich ja nichts ist nichts passiert ohne grund okay meine lieben dann war es das hier zu teil nummer eins falls du dich noch zu einem anderen teil gezogen fühlst schau den sehr gerne an ansonsten schau auch gerne auf meine webseite da findest du infos über mich meine arbeit meine kindheit mein leben und ich habe auch momentan sommerrabatt auf meine angebote ich mache audio botschaften und schau da gerne mal rein ansonsten kannst du mir auch eine spende zukommen lassen da findest du was in der infobox zu oder auf meiner webseite da steht deine spende und ansonsten sehen wir uns im nächsten video macht's gut hallo bei nummer zwei mit dem schneeflocken obsidian wir gucken mal was für euch rein kommt uiuiui haben wir schon mal die jungfrau energie aber auch diese sonnenblume fast so als ob du anfängst dich um dich zu kümmern auf dich aufzupassen ob das jetzt körperlich ist ernährungstechnisch ob das aber auch geistig ist ob du dinge organisierst für dich rausfilterst für dich entfernst analysierst auf jeden fall wo du ein bisschen ordnung ins chaos bringt so ein bisschen aufräumt und das wird dir gut tun gleichzeitig wird dir dann aber auch ein spiegel vorgehalten das heißt dein verhalten und das dass du dich um dich kümmerst wird dir nochmal zum vorwurf gemacht weil es menschen nicht unbedingt gefällt dass du das tust und du wirst sozusagen diese prüfung erleben dass du einfach nur siehst dass derjenige ein problem mit sich hat und vielleicht auf sich nicht aufpasst und gerade eigentlich nur mit sich zu kämpfen hat und dass das nicht deine sache ist aber das wird dir trotzdem gespiegelt das ist fast so deine glücklichkeit oder dass es dir gut geht oder dass du entspannt bist oder dass du für dich jetzt vielleicht was organisiert gemacht hast wird dir gespiegelt das ist so du wirst noch mal wie getestet das ist so als ob menschen auf dich zukommen und das universum so ein bisschen ist wie kannst du wirklich glücklich sein auch wenn andere es nicht sind oder machst du dich immer noch abhängig von den verhalten und gedanken gegen andere und es ist ein prozess es muss nicht von heute auf morgen alles geregelt sein aber das universum testet uns ja stück für stück ja ich glaube du sollst dir die gedanken über andere das sollst du immer mehr abschalten und das auch nicht mehr so wichtig nehmen und auch wenn jemand sehr kritisch und analytisch dagegen ist ganz viele fragen permanent stellt ständig alles über dich wissen will ständig dein verhalten hinterfragt deine gedankengänge hinterfragt extrem über analytisch ist musst du dem nicht gerecht werden du kannst auch einfach sagen ich habe da jetzt keine lust zu antworten oder ich weiß selber nicht die antwort oder was willst du jetzt hier eigentlich von mir weil nur weil dir jemand eine frage stellt heißt es nicht dass du die frage beantworten musst nur weil jemand kritik heißt nicht dass du die kritik annehmen musst es gibt so oft menschen die einfach rausplauzen mit ihren gedanken und sich so fühlen als ob jeder antworten müsste aber das ist nicht so er stellt nur eine frage in den raum und es besteht die möglichkeit dass geantwortet wird aber es muss nicht geantwortet werden und man hat aber seit der kindheit so eine hörigkeit von jemand stellt eine frage wir müssen antworten jemand gibt ein befehl wir müssen reagieren absoluter quatsch ja und das ist so eine macht und auch irgendwie so eine selbstliebe die entsteht dass du sagst ich gucke mir die frage an ob ich die beantworten will ich muss nicht nur weil jemand eine frage stellt die beantworten weil warum welches recht nimmt derjenige sich raus diese frage überhaupt zu stellen warum will er was über mein leben wissen warum will er was über meinen werdegang wissen warum will er was über mein behalten wissen warum stellt er das in frage welches recht nimmt er sich raus das überhaupt zu tun er könnte es für sich persönlich machen und sich innerlich denken warum macht er das warum macht die das ist ja merkwürdig aber muss derjenige zu der person hingehen und der das dann auch auf die nase binden und sagen hier ich verstehe das irgendwie nicht richtig erklär mir mal du bist nicht verpflichtet irgendjemandem was zu erklären ja außer es ist jetzt vielleicht in irgendeiner beruflichen situation wo das irgendwie wichtig ist um missverständnisse aus dem weg zu räumen weil da vielleicht dein beruf von abhängig ist oder wie es weitergeht aber auch da ist es schon grenzwertig bist du aber nicht verpflichtet rede in antwort zu stellen du bist keine marionette du bist ein mensch der einen freien willen hat wir reden ja immer alle von freien willen dann sollten wir den vielleicht auch endlich mal nutzen du bist willkommen du bist hier auf der erde willkommen ich glaube dass manche von euch auch schon sachen durchgehabt haben die echt heftig waren und ihr dann immer wieder menschen begegnet sind die toxisch waren oder die nicht gut für euch waren und ihr habt dann immer dieses gefühl bekommen ihr seid nicht willkommen ihr seid nicht ihr werdet nicht gewertschätzt und das ist quatsch das ist nur der auszug von menschen die dominant auf der erde vorhanden sind das heißt nicht dass jeder so denkt das heißt nicht dass es nicht sehen gibt die genau deinen nerv treffen die genauso denken wie du und die dich unheimlich wertschätzen das ist nur dass man manchmal nicht das große ganze sieht man sieht nur das was gerade vor der nase ist und sagt das ist jetzt also die allgemeinheit das fällt einem nicht leicht weil man sich manchmal auch nicht vorstellen kann dass es menschen gibt wie du und ich aber man sollte da in der form nicht den glauben aufgeben sondern man sollte eigentlich in sich reingehen und eigentlich spüren hey ich bin nicht alleine inkarniert ich bin nicht inkarniert als einzigste alte seele oder als einzigstes verrücktes wesen hier sondern ich weiß da sind auch andere und dass du dich beruhigst und das nur weil dir gezeigt wird wie die welt gerade ist das heißt nicht dass das etwas ist was du dir annehmen musst oder wurde wonach du dich richten musst ja bei dir werden jetzt sachen anscheinend auch abgeschlossen was das thema angeht das ist also wahrscheinlich schon etwas was länger im prozess ist was schon länger in deinem leben an immer wieder hochkommt und hier geht es darum dass das jetzt wie abgehakt werden kann wie so eine lektion die endlich ihr ende findet das ganze ist natürlich eine absprache jeder der dich kritisiert jemand jeder der dich irgendwie stupst ist eine absprache das heißt jetzt nicht dass du hören musst ja wenn leute mal sagen oh das war eine absprache absprache heißt nicht dass es bedeutet in der situation musst du lieb und nett sein und demjenigen total entgegenkommen absprache bedeutet ihr begegnet euch es kann sogar eine kontrastreiche situation sein und du entscheidest dass du in der situation vielleicht nicht mehr sein möchtest und distanzierst dich ist genau so eine absprache ja absprache klingt immer so als ob man hören muss und als ob man dienen muss und wenn sie auch sagen unsere seelen absprachen wir mussten uns begegnen ja aber wir konnten auch entscheiden zu gehen also wisst ihr was ich meine keiner von euch ist gefesselt das will ich euch eigentlich sagen manchmal macht ihr euch glaube ich auch ein bisschen zeitdruck oder habt das gefühl zeit läuft weg oder ihr habt schon zeit verloren oder die zeit vergeht nur noch so das stimmt nicht das ist nur etwas im außen das heißt aber nicht explizit für dich in deinem leben ist es schon alles weg ja du sollst aufpassen dass du dich um dich kümmerst und nicht immer um die bedürfnisse anderer für den einen oder anderen kann ein ortswechsel anstehen danach oder sogar währenddessen es kann ein umzug sein das kann sein dass du aus der situation rauskommst es kann sein dass du da auch beruflich vielleicht eine veränderung kommt dieses rumpelstilzchen kommt in letzter zeit bei mir sehr oft du bist nicht da um stroh zu gold spinnen zu spinnen für andere ja wenn dann höchstens für dich das war es aber dann auch schon ich glaube du hast vielen schon ihre sorgen abgenommen du hast für viele auch schon fast das gefühl weil du es kannst machst du es aber nur weil das kannst musst du es nicht machen das ist es ich glaube viele fühlen sich verpflichtet wenn sie gute dinge können dass sie sagen ja gut dann mache ich das halt es ist nicht dein job nur weil du dinge kannst es für jeden zu erledigen ja du bist voller liebe und ich glaube du willst doch liebe geben das ist wahrscheinlich auch der grund warum du dinge tust das problem ist nur liebe geben und liebe erhalten sind manchmal komplett zwei verschiedene sachen weil du kannst unheimlich liebe geben weil du es gerne möchtest aber gibst du es den falschen menschen immer und immer wieder wird auch deine liebe irgendwann aufgebraucht sein ja und da musst du ein bisschen aufpassen deswegen du wirst dir in zukunft dinge ermöglichen ich habe das gefühl gerade durch die sachen dass du aufräumt dass du ein bisschen für dich sorgt dass du organisiert wirst dass du nicht mehr andere so in dein leben rein krätschen lässt wird sich ein wandel ergeben und du wirst auch also einmal hast du deine geistführer deine begleiter deine engel was auch immer du bist nicht alleine aber ich habe auch das gefühl du wirst auch so seelische begleiter finden die menschen die dich verstehen die an deiner seite sind aber generell hast du auch die geistige verbindung die für dich da sind darfst du auch nicht vergessen du bist nie alleine egal was passiert die werkzeuge sind dir an die hand gelegt du bist jemand der eigentlich manchmal gar nicht sieht wie kraftvoll er ist und was eigentlich schon alles kann und du bist doch jemand der für gerechtigkeit sorgen sollte auch in seinem eigenen leben ja du magst es nicht wenn andere schlecht behandelt werden sorgt dafür dass du nicht schlecht behandelt wirst du magst nicht wenn andere kritisiert werden und findest es unfair sorgt dafür dass du dass die auch nicht mehr annimmst ja sei genauso beschützerisch und kümmerisch wie das bei anderen bist auch bei dir ja weil du bist jemand der wird in nächster zeit sehr viel licht und liebe erfahren und es wird dir geneidet ich habe irgendwie das gefühl da kommen die leute auf dich zu und wollen stück vom kuchen abhaben und du musst lernen diesen kuchen nicht mehr zu teilen oder nur noch dann wenn du wirklich das gefühl hast du möchtest das und nicht aus schuldgefühl und pflichtgefühl und weil du schlechtes gewissen hast sondern nur weil du bock drauf hast und es dir spaß macht wenn du nicht das spaßgefühl hast wenn du keine leichtigkeit hast und ich meine nicht leichtigkeit im sinne von ich erleichtere mich macht damit ich keinen verärgere sondern wirklich leichtigkeit weil ich wirklich lust drauf habe dann darfst du es tun aber ansonsten würde ich dir abraten davon machen wir noch eine tendenzkarte die waage siebtes haus im feuer du bist also jemand wenn du in zukunft entweder partnerschaftlich oder auch allem was dir gegenüber kommt der beruf menschen die dir gegenüberstehen wirst du und darfst du auch ruhig dein temperament zeigen das ist nicht eine schwäche es ist auch eine starke und nur weil die leute es nicht verstehen heißt es noch lange nicht dass es falsch ist ja temperament darf da sein das ist nichts was falsch an einem ist wenn leute sagen du musst mal dein temperament zügeln sagen sie ganz oft ich kann dich nicht händeln mach dich bitte kleiner damit ich dich kontrollieren kann und es gefällt mir nicht dass du so eine macht hast und dass du dich so lebendig fühlst weil da weiß ich nicht wie ich damit umgehen soll deswegen temperament ist nicht schlecht und wenn jetzt wenn jetzt wieder manche kommen und sagen ja es gibt aber menschen die schlagen um sich und die sind total gewalttätig und da 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 das ist nicht temperament ja also temperament bedeutet du kommst aus dir raus du sagst die dinge wie sie sind du bist manchmal ein bisschen feurig du bist auch mal hitzig und da können auch mal schimpfworte kommen aber du bist nicht jemand der jemandem wehtun will wenn dann zerstörst du eher deine sachen oder du zerstörst vielleicht mal ein gegenstand wenn das so sein sollte wenn es so extrem ist aber meistens nur wenn du auch extrem provoziert wurdest und wenn deine grenzen nicht gewahrt wurden dadurch wird extremes temperament dann hervorgeholt das heißt also die ursache liegt auch noch mal woanders es ist nicht dass jemand sagt oder ist jemand nur temperamentvoll sondern jemand lässt sich permanent übergehen und dann reicht es bei noch mal zu unterscheiden deswegen schauen wir in nächster zeit wo da vielleicht beruflich partnerschaftlich menschen die dir nahe stehen die dir permanent jeden tag gegenüberstehen mit denen immer zu tun hast dass du da guckst welche inspirieren dich und welche treiben dich in den wahnsinn und dass du da anfängst nicht mehr das rumpelstilzchen zu sein okay meine lieben das war's für paar nummer zwei wenn du möchtest schau dir gerne noch einen weiteren paar an wenn du dich hingezogen fühlst ansonsten schau gerne auf meine website da findest du infos über mich meine arbeit mein leben und ich mache momentan und sommerer mat auf meine angebote ich mache audiobotschaften kannst du auch gerne mal rein klicken ansonsten wenn du mir eine spende zu kommen lassen willst darfst du das auch gerne gibt es in der infobox einen link oder eben auf meiner website die info und wir sehen uns dann im nächsten video macht's gut hallo bei nummer drei mit dem labradorit ja okay dann gucken wir mal was bei euch hier rein kommt ihr gebt unheimlich viel und irgendwie reicht auch jemand euch die hand ihr solltet aber aufpassen ob derjenige wirklich gut für euch ist ja nur weil euch jemand mal hilfe anbietet netz euch ist damit euch interagieren will heißt das noch lange nicht dass derjenige euer freund ist und ich will jetzt den haien nicht als negativ darstellen weil ich liebe die haie und ich finde die sind oft missverstanden und die sind super sensible wesen und die werden oft falsch interpretiert aber hier kriege ich gerade so eine sneaky vibe so ein ich beobachte das ganze mal jemand will auf jeden fall dein herz knacken aber der meint es nicht so ehrlich und du gibst halt ne du gibst und du machst dir keinen kopf weil du bist halt liebevoll und du willst dich bereichern andere bereiche und du möchtest dass es allen gut geht aber du musst aufpassen ob das überhaupt von gegenseitigkeit ja auf gegenseitigkeit beruht vorsicht ich liebe das wie das zusammenpasst und ihr seht ja ich möchte gerade jetzt also ja du darfst letztendlich weitermachen und liebe geben so ist es nicht du sollst nur vorsichtiger sein also sollte sich jetzt nicht verschließen und den leben wirklich komplett gegenüber verschlossen sein angst haben und so aber bei dieser einen person habe ich das gefühl da bleibt weiterhin vorsicht ja du musst nicht den charakter ändern nur wegen einer person du solltest nur bei der person ein bisschen aufpassen wir haben auch die mausenergie das heißt da könnte jemand recht forsch kriegerisch sehr anmaßend überheblich dominant sein und dich in richtung schubsen die du einfach nicht willst manchmal ist das leben so dass es einen sprung ins ungewisse abverlangt dass man nicht weiß was kommt gerade wenn man dann anfängt vorsichtig bei solchen menschen zu sein dann ist das manchmal so dieses und was soll ich dann machen ich kann der person nicht aus dem weg gehen oder diese person lebt bei mir oder diese person sehe ich ständig manchmal hilft schweigen dass du anfängst mehr zu schweigen nichts mehr zu erzählen weder von den gefühlen noch von der interesse noch von irgendwelchen problemen einfach gar nichts mehr einfach kontakt abbrechen oder so wenig wie möglich reden ich habe das gefühl momentan ist dein aufblühen gebremst also so wirkliches aus dir rausgehen das momentan noch ein bisschen lang gelegt weil eigentlich bist du jemand der würde gerne geben der würde sich gerne austauschen der würde gerne interagieren der ist so jemand der blüht auf durch kontakte und das muss ja noch nicht mal direkt vor jemanden sein einfach nur dass man austausch gehen kann oder einfach nur dass man ja sich weiterentwickelt und du bist jemand der eigentlich sehr viel mitbringt aber irgendwie das gefühl ist dass gerade momentan eher sowas das gehemmt wird du suchst verbundenheit definitiv du bist jemand der will mit menschen wirklich auf einer tiefen ebene zusammengehören ja dein gedankenkoch ist er bringt dich manchmal ein wahnsinn weil du vor und zurück gehst darf ich denn kann ich denn sollte ich denn wie viel verbundenheit ist gut wie viel ist echt wo das ding ist eigentlich willst du nur mit dir verbunden sein und du willst jemanden der mit sich selbst verbunden ist mit dem universum so dass ihr beide mit dem universum verbunden sein könnt und dann seid ihr wie freunde oder partner oder was auch immer du willst jemand um den du dich nicht kümmern musst aber kümmern kannst und du willst dass jemand sich um sich selbst kümmert so dass es nie ein ballast ist weder du noch der andere sondern es ist ein miteinander sowie man kann sich vielleicht mal beschweren und auch mal auskotzen aber letztendlich wird jeder seine sachen für sich regeln interessant du hast also auch ein paar besucher bei dir energetisch kriegst du immer mal besuch von oben ja von den geisterinnen und den engeln ein paar geister schwungen glaube ich bei dir rum auch welche die dich vielleicht in diesem leben verletzt haben oder wo manchmal schmerzlich das ganze miteinander verbindest mit jemanden mit dem du vielleicht auch sehr verbunden warst kann das auch sein manchmal ist es auch so dass die kommen wenn es dir gerade nicht so gut geht wenn sie merken oder es hat was das läuft nicht so rund schauen wir mal vorbei das gefühl du wirst in zukunft mehr begeistert sein du wirst auch dinge finden die dich begeistern wenn du die haie im auge behält dein wissen sollst du anwenden das was du gelernt hast red flags auf den bauch zu hören erste anzeichen wahrzunehmen dich nicht zu hinterfragen dich nicht als merkwürdig abzustempeln dich ernst zu nehmen dann wirst du den weg gehen können weil du wirst geliebt du bist jemand der wird geliebt egal wie es außen aussieht egal wie menschen auf dich reagieren egal was dir erzählt wird du wirst geliebt und du sollst in zukunft auch mehr herum fantasieren ja dir eine welt vorstellen vielleicht die du magst oder wo du dich vielleicht mal siehst oder wie du gerne interagieren würdest mit welchen menschen du vielleicht gerne zusammen wärst oder jetzt nicht zusammen im sinne von partnerschaft sondern dir einfach vorstellen wie sollte so ein miteinander sein wie willst du dich da fühlen wie wo siehst du dich wo willst du vielleicht beruflich gerne sein was manche leute sagen dann auch beruflich wichtig aber sie sagen nie was sie fühlen wollen wollen sie leichtigkeit wollen sie sicherheit wollen sie das gefühl angenommen zu werden akzeptiert zu werden respektvoller umgang gern zur arbeit zu gehen oder gern morgens aufzustehen die gefühle sind viel wichtiger als da und dort und das sondern wie will ich mich fühlen will ich spaß haben hier kommt auf jeden fall eine veränderung der tod der steht für die veränderung dass etwas anders gemacht wird du wirst dich verändern du wirst verhaltensweisen lassen und wenn das schweigen mehr eintritt bei sachen die dich nicht interessieren oder die ich nicht tangieren also oder die dich tangieren aber du hast einfach keinen bock mehr drauf weil du denkst nicht mit dieser person ja es können ja manchmal themen irgendwie berühren und dann sagt man aber mit der person da lohnt sich das nicht zu reden das macht einfach keinen sinn kennst du das wenn toxische menschen du schneidest die aus deinem leben und du sagst ich will sie ich will nicht mehr und dann kommen die und sagen kannst du mir das mal erklären kannst du mir erklären warum du das machst und du denkst okay es ist eine normale konversation du lässt dich darauf ein aber derjenige will dir eigentlich nur erklären wie falsch du alles gemacht hast dass du es eigentlich nicht richtig gesehen hast und dass du ja das umkehren solltest oder ein schlechtes gewissen haben solltest schuldgefühle haben solltest aber eigentlich hast du gedacht oder will wirklich wissen was los ist und er nimmt sich das vielleicht auch persönlich an und er hat da vielleicht auch wirklich interesse es ist aber nur ein dummes rumgelabern und diskutieren und das brauchst du nicht du brauchst da nicht antworten du brauchst da auch nicht schreiben wenn du eine entscheidung für dich getroffen hast musst du nicht in erklärung gehen und ich weiß es gibt manche die sagen ja ich wurde auch schon gegostet oder ja man hat das auch schon mal mit mir gemacht oder menschen haben auch bei mir nicht dinge erklärt das ding ist wenn dir jemand etwas nicht erklärt dann ist das ein zeichen dass du auch nicht weitergehen musst du kannst nur für dich sagen das universum hat grad für mich entschieden das ist nicht meine richtung da soll ich nicht hin ja weil du selbst kannst nicht immer entscheiden was für dich das beste ist dass auch wenn wir das gerne hätten und das uns wünschen es ist wir haben es nicht in der hand was das angeht ja und wir dürfen auch ruhig loslassen von menschen die nicht mehr mit uns reden die uns ghosten oder die uns keine erklärung geben wir dürfen das heißt nicht dass wir das thema komplett loslassen müssen im sinne von oder ziehe ich einfach weiter aber manchmal ist nicht die person die antwort darauf manchmal ist in dir drin die antwort darauf warum das passiert ist und die person könnte es dir manchmal gar nicht geben weil die manchmal gar nicht weiß warum sie das getan hat die sind nicht alle immer total reflektiert und beleuchtet und beleuchten das thema man unterstellt ihnen manchmal auch wenn das jetzt komisch klingt aber manchmal einfach mehr klugheit als sie eigentlich haben und das klingt jetzt total egoistisch aber ich habe so oft in meinem leben erlebt dass ich dachte okay ich rede mit jemandem und fragte ihn da mal und er hat sich meistens gar nicht so eine platte gemacht oder gar nicht das so hinterfragt oder gar nicht das so analysiert und das heißt die antworten die ich wollte konnte die person mir gar nicht geben das war gar nicht möglich lernen und lehren ich glaube du bist jemand der unterschätzt der wasser schon gelernt hat und auch wasser weiß und ich glaube du verkaufst dich sehr oft unterwert was menschen angeht und du gibst den falschen immer zu viel und den richtigen zu wenig und du oder wenn da keine sind dann gibst du den falschen halt trotzdem zu viel und dann denkst du oh mein gott anscheinend will mich keiner aber so ist es nicht die welt will dich manche menschen wollen einheit nicht und wenn dann wollen sie manchmal nur an einem rumdoktern so viele menschen machen menschen zu projekten das ist schon echt furchtbar deswegen pass auf wer da aus dem projekt macht und dich über analysiert weil das tut keiner freundschaft keiner beziehung niemanden gut das heißt in nächster zeit wirst du über einiges nachdenken ja weil wir haben das ist sozusagen das luftelement du wirst über einiges in nächster zeit nachdenken weil der skorpion geht in die tiefe der wilde auf den grund gehen und der wendet sich auch dem mystischen zu das heißt wenn du sachen auf den grund gehst versuchst auch aus einer spirituellen ebene zu sehen ja du kannst du eine mischung aus psychologie und spiritualität machen wenn irgendwas verstehen willst sie immer das höhere bild sie nie nur was vor deiner nase ist guck immer tiefer als ist weil wenn du tiefer guckst wirst du viel mehr erleichterung bekommen als wenn du an der oberfläche kratzt wenn du nur sagst jemand ist gemein zu mir ja das kann sein aber was genau stört dich wirklich was genau war an dem gemein was nicht für dich geht ist es ein charakterzug den wo du merkst das wird derjenige nicht ändern ist es eine schnippigkeit ist es eine gewisse arroganz die dich gestört hat ist es etwas was du selber niemals tun würdest und deswegen darfst du es auch ablehnen und sagst ich mag das nicht in dem menschen ich will das nicht in meinem umfeld haben das ist mir zu negativ oder das ist nicht meine art man darf entscheidungen treffen man darf für sich sagen das mag ich nicht auch wenn wir in der spiritualität immer alle liebhaben wollen alle verein wollen das ist quatsch wir können nicht alle charaktere miteinander vereinen weil es nun mal spannungen zwischen menschen gibt unterschiedliche auf wie man aufgewachsen ist unterschiedliche herkunft unterschiedliche annahmen und unterschiedliche art und weise zu denken wir können und müssen nicht jeden mögen und wir dürfen abgrenzen wir dürfen ausgrenzen und wir dürfen uns von menschen distanzieren das problem ist immer nur dann wenn du deine meinung anderen aufzwingen willst und sagst das ist die einzige meinung die es gibt das ist problematisch aber ich glaube die wenigsten von euch haben überhaupt interesse daran die wollen eigentlich einfach nur dass das nicht mehr mit ihnen selbst gemacht wird okay meine lieben dann war es das jetzt hierzu paar nummer drei falls ihr euch noch zu einem anderen paar hingezogen fühlt schaut ihn gerne an ansonsten schaut gerne auf meine webseite findet infos über mich mein leben meine arbeit machen momentan den sommerrabatt auf meine angebote machte audiobotschaften und falls du mir eine spende zukommen lassen willst dann findest du einen link in der infobox oder auf meiner webseite infos dazu und wir sehen uns dann im nächsten video macht's gut ihr lieben bis dann